In Lingenau wurde die Käsestraße Bregenzer Wald als beste Genussregion des Landes ausgezeichnet. Das Lebensministerium und die Genussregiongesellschaft hatten aus den 113 in Österreich bestehenden Genussregionen die besten ausgewählt. Bewertet wurde dabei unter anderem, wie gut eine Region ihr Leitprodukt vermarktet, in diesem Fall den Berg- und Alpkäse. In Vorarlberg gibt es sieben verschiedene Genussregionen.